Hallo, mein Name ist Michi, ich bin Physiotherapeut und ich möchte euch jetzt eine schöne Gleichgewichts- und Kräftigungsübung für die Wadenmuskulatur zeigen. Wir suchen uns einen schönen breiten Stand, einen hüftbreiten Stand, schauen, dass wir schön gerade stehen und gehen langsam auf die Zehenspitzen, so weit wie möglich nach oben, versuchen das längerfristig zu halten. Dann gehen wir nach hinten auf die Fersen, längerfristig auf den Fersen stehen, Zehenspitzen nach oben heben, nicht mit dem Oberkörper ausweichen, das dient dem Gleichgewicht, Dehnung und Kräftigung der Wadenmuskulatur. Als kleinen Hinweis kann man sich einen festen Punkt an einer Wand suchen, da drauf schauen und dann geht das vom Gleichgewicht ein kleines bisschen besser. Ihr könnt es nicht nur im Garten machen, auch zu Hause, zwischendurch mal im Büro, wenn ihr merkt, jetzt brauche ich ein kleines bisschen Bewegung.